Jürgen Morgen Leute! Ah, hier beherrscht ich mal hier ein bisschen, ja? Ah, ist okay, Mann! Fresh! Oh, Alter, hat mich schon richtig geritten, Alter! Das ist besser wie ein Fick, Alter! Ja! Oh, geil, Alter! Gipfelhäuschen, Alter! Gipfelhäuschen! Gipfel ist meine Kuppel, Alter, weil hier Fotzen, die wurde jetzt nur 3,19! Machen Rinder und Quatschi so viel, Alter! Alles okay, peace, Mann! French! Da, Kühlung! Äh, ja! Jetzt kommt die Art, die Schürze! Also, wenn das Wasser ein bisschen sauber wäre, würde ich hier so eine Bombe reinmachen! Oh, Alter! Uff, wech! Sogar lecker ist als Wasser! Oh, lecker! Stimmt, ja! Kannst du mal schmecken, Alter! Könnt ihr mal einen Schluck? Leck mich am Sack, Alter! Fuck! Oh, leck mich am Arsch, ey! Geh mal, Peter! Also, mit Donners, Alter! Du musst ein paar Kerle kriegen, Alter! Ah, ist okay, mal! Wir haben jetzt 10.15 Uhr, andere Berliner schlafen noch um 10! Was macht die Hardcore-Fans? Sie fahren um 10.15 Uhr die Hardcore-Bahn! Doppelfried! Die haben uns auch muss arbeiten, ey! So, ihr Masterfucker! Richtig schön die Hölle um die Ohren! Na, hier, die Berber brauchen nicht brauche! Die sind sowieso hässlich! Ach, guck mal da, unser Gärtner! Schildkett war die Todesbrücke! Krassenkippen! Damalian, spritzig hoch! Guckt euch mal die Toys an, hier sie reinkommen! Kalter Speed! Das hier Uhrtrische ist rektariert! Oh, ihr lacht! Oh, das ist so meine Arsch, der ist so sexy so mit Dreck-Sing! Hmmmm! Fresh! Der Schild in den Park reinrennt. Der Hardcore-Ficker hier. Hier, Rüstenflipster, warte dich einfach. Ja, natürlich. Das ist ja der Schilder. Witziger Tag. Jetzt geht's mir schon wieder ein bisschen besser. Oh, das sieht aus. Oh, scheiße. Oh, ja. Dann sag ich halt, wo ist der Fett? Erstmal Luftdisch abgespritzt. Ja. Oh, yeah. Ist okay, mal. Wenn das Wasser ein bisschen sauber wäre, dann würde ich hier so eine Bombe reinmachen. Bisch auf den Sack hier vor uns, Mann. Der könnte gar nicht schon in der Fresse boxen, ey. Jetzt mal ganz genüssig ins Flug der Dämonen rein. Yes, do it. Good. Yes. 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 Sie sind so eine geile Piper, die wir gar nicht in der Fresse boxen, ey. Das war Wahnsinn. Bisch auf den Tripper, Alter. So. Bisch auf den Sack hier vor uns, Mann. Der könnte gar nicht schon in der Fresse boxen, ey. Ist okay, Mann. Ist okay, Mann. Ich liebe Salzwasser. Lecker. Stimmt, ja. Kannst dir mal schmecken, Alter. Könnt ihr mal einen Schluck? Jetzt klatschen. Leute, ich komm gar nicht raus aus der Klappe gestern. Ein super Bordell hier. Wir hauen uns heute noch mal richtig das dritte Mal das Gehirn weg. Doppel für euch. Ja, Leute, ich bin's nochmal. OOOOOOOOH! Ich bin schwanz, Alter. Dope, ja. Da hat mich wirklich geritten, Alter. Besser wie ein Fick, Alter. Ja man, das haut richtig rein. Mach die Pulle nochmal voll mit Wichser, dann hauen die mal ins Kopf. Das sind so ne geil Beiber, die wir gar nicht so lange ficken kennen. No du, Alter. Ja, no du, Alter. Ja, oh yeah. Peterheim nach dem ersten saugeilen ersten Hardcore-Tag. 10.15 Uhr, andere Berliner schlafen noch um 10. Was macht die Hardcore-Fans? Sie fahren um 10.15 Uhr die Hardcore-Bahn. Wunderbar, da kann ich ja nur sagen, kann ich nur zustimmen. Jetzt geht's mir schon wieder ein bisschen besser. Spaß, bis denn!